Montag ist Wohntag. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Ich bin gerade im Möbelhaus Höfner in Berlin und ich hatte so ein kleines bisschen Zeit hier herumzuschlendern, um mir die Einrichtungsgegenstände anzuschauen. Und ich habe mich gleich in ein super süßes Produkt verguckt und das ist hier der kleine Beistelltisch Round. Ganz süß und normalerweise, wissen Sie, habe ich immer einen Experten dabei, aber mittlerweile bin ich ja selber so ein bisschen zum Wohnprofi geworden und ich habe mein Team mal überredet, hey, lasst mich den mal alleine vorstellen und dann ist es so ein bisschen mein Produkt. Sein Name ist Round und was mir besonders gut gefällt ist, er hat ein hochwertiges Eichenfurnier, das hat so eine schöne Honigfarbe und hier oben drauf sehen Sie ein Schachbrettmuster. Das ist eingebrannt, das heißt, dieser Tisch ist sogar spielbar. Wenn Sie Schachfiguren haben, vielleicht ein guter Grund Schach zu spielen, ich kann es noch nicht. Vielleicht hat ja einer von Ihnen Lust, mir das beizubringen. Und ja, die Schachbrettmuster oder beziehungsweise die Felder sind einmal hier sehr dunkelbraun und die anderen Felder sind natürlich in der gleichen Farbe gehalten, wie das Eichenfurnier ist. Der Tisch hat die Abmaße 40 cm im Durchmesser und 45,5 cm in der Höhe. Die schlanken Beine sind aus schwarzem Pulverbeschichteten Metall und ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut zum Industrial Style. Aber natürlich vielleicht auch ins Kinderzimmer, wenn Sie Kids zu Hause haben, die Schach spielen und passt prima ins Wohnzimmer. Ich mache es mir gleich ein bisschen gemütlich mit einer Tasse Kaffee. Also auch da passt der kleine Beistetttisch Round wunderbar. Wie immer können Sie natürlich unsere Produkte und so auch Round im stationären Handel erwerben. Sie können online nachschauen bei hoeffner.de und dort natürlich auch kaufen oder Sie rufen einfach die Hotline an. Und wir zeigen Ihnen den süßen Beistetttisch jetzt noch einmal im Detail. So, also das ist der Beistetttisch Round, den Sie kaufen können in dieser einen Woche für 15 Euro. Wirklich ein super Preis und dann kriegen Sie so ein bisschen Pepp und Schwung in Ihre Einrichtungen, haben einen schönen Gegenstand, der wirklich sehr, sehr günstig ist und sehr hochwertig ausschaut. Und ich fasse für Sie noch einmal zusammen. Wir haben hier den Beistetttisch Round im hochwertigen Eichenfurnier mit einem Schachbrettmuster eingebrannt. Das können Sie natürlich bespielen und auch abwaschen, wenn mal irgendwie was daneben geht. Wir haben sehr schicke und moderne Füße an diesem Beistetttisch. Die sind aus pulverbeschichteten Metall in schwarz. Passt sich also wirklich auch in jede Einrichtung ganz gut ein. Das alles für 15 Euro, also wirklich sehr süß. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, denn Montag ist ja wieder Wontag. Wir haben tolle Produkte für Sie und den Round, den nehme ich gleich mit. Machen Sie es gut, tschüss! Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020